Ihr kleines Pleasure, Jeremy Anderson hier. Könnt ihr euch sehen, ich hänge hier an der Fähre fest, Alter. Ich hänge hier an der Fähre fest. Ich muss euch mal ganz kurz die Snake presenten. Die Snake of No Return with the Insects. Pass auf. Da drüben sind wir. Seht ihr, Alter? Alter, jeden Tag müssen die Freaks hier waden, Alter. Da sind die ganzen Biker. Wir sind hier in Rendsburg auf dem Weg zu den Dreharbeiten vom neuen Kaffeefilm The Master Stick Machine. Ich habe die Cam nicht gereinigt, Alter. Das ist so verschmiert. Da kommt die Fähre. The Channel, Alter. Der Nord-Ostsee-Kanal. Ihr seht ihn, ihr seht ihn. Ich sehe ihn auch. Ich werde mir jetzt darauf einstecken, Alter. Diese Scheiße mit der ganzen... Hier ist ein bisschen verscreent, der ganze Mist, Alter. Da drüben ist die Rader Bridge. Ihr seht sie, hoffentlich. Ich werde die mal unscrollen. Genau, Alter. Das Ding. Das werden wir gleich versuchen. Wir werden also von hier aus darüber driven. Ach, das hält, Alter. Ich sehe überhaupt nichts. Dann machen wir einen Drive-Auter von hier aus. Und dann fahren wir da rüber und drehen da unseren Kaffeefilm, Alter. Das ist der Attack. Ich gehe jetzt wieder back, Alter. Ich muss erst mal einen Kaffee trinken. Gott sei Dank habe ich genug gekocht, Alter. Hätte ich sehe überhaupt nichts, Alter. Ich muss wenn mal die Cam irgendwie mal ein bisschen cleanen, ihr kleines Sticker. Das ist auch ein kleiner Splash, Alter. Weißt du vielleicht, Jerry P. Anderson hat er vielleicht schon mal... Wie talkst du, kann sowieso jeder in Schleswig-Holstein. Also der kleine Pisser würde es genau wissen. Okay.